Oh oder? Hier. Wenn wir hier runtergraben in die Richtung, dann kommen wir zu unserem U-Bahn-Tunnel. Dann bauen wir los. Okay. So zwei hier? So? Ja zwei oder drei, das ist eigentlich egal. Erstmal gucken, dass wir einen Anschluss finden. Ich kann ja mal, warte, ich gehe mal kurz in den U-Bahn-Tunnel unten und gucke mir mal die Koordinaten an. Dann sehe ich dich ja, wo du bist. Dann sehe ich dich ja, wo du bist. Hast du die Minimap an? Äh, hier ist glaube ich nix, Sascha. Ich habe immer Minimap an. Gut, da sind ja die Koordinaten, dann sage ich dir die gleich. Ich habe Hunger. Oh, komm, wir gehen wieder zurück. Oh, ihr kommt jetzt wieder zu uns? Nein, ich meine zu... Egal. Warte, ich muss was essen. Ach so. Okay, die mögen uns nicht, Tobi. Die mögen uns nicht. Wir würden uns aber dann zu euch TP'n, weil hier finden wir nie wieder was. Nein, nein. Nein. Tobi, bist du schon unten in den U-Bahn-Tunnel? Die Höhlen sind zu groß, aber die Höhlen sind zu groß, hätte ich gesagt. Äh... Wo bist du denn, Alter? Ich sehe deinen Namen gar nicht. Ich auch nicht. Warte mal. Lass mich mal kurz auf der Map orientieren. Ähm... Ich habe schon so viel abgebaut, dass mir in die Dierhacke gleich Schrott geht. Warte mal, Tobi, ich buddel mich mal grad jetzt kurz... Ich könnte mir schon denken, wo ich hin... Sag mir mal kurz deine Koordinaten bitte. Ah, ich sehe deinen Liegnamen. Warte, warte, bleib einfach mal stehen. Sag mir mal bitte deine Höhe. Äh... 53. Ja, bleib auf der Höhe. Ja, bleib da stehen, ich komme grad... Ich bin genau auf dem Weg zu dir. Warte da hinten, ich sehe dich. Ich komme mal zu dir. Hm... Na, ich... Ich glaube... Das ist ja einfach, wenn das jetzt so... Genau gerade durchgeht, das ist dein Hammer. Dann hast du das perfekt geschätzt, muss ich schon sagen. Hm... Hm... Ne... Komm mal mit. Da bin ich halt! Was? Da oben ist nichts, lass mir da... Andere Richtung gehen. Oh, Creeper da vorne. Yeah, mein Creeper. Und er starb noch an Ort und Stelle. Oh, Lapis. Oh, Tobi, gleich haben wir's geschafft. Einen grausamen Tod. Oh, hier geht's auch noch hoch. Wo? Ah, Tobi, warte, warte. Ich bin jetzt da, ich bin jetzt da. Halt... Wo bist du? Oh mein Gott. Hier, warte, hier. Hallo! Okay, warte mal, wie ist denn das jetzt hier? Alter, warte, ich gehe kurz noch ein bisschen nach vorne, um ein bisschen auszuleuchten. Ja, ich baue kurz die Kohle auf. Okay, dann kann man denn hier eine Weiche bauen, geht das? Alter, es geht hier immer noch größer weiter. Ich hab noch nie Weichen gebaut, ehrlich gesagt. Alter! Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Wollen wir dann nicht lieber... Dachtest du, diese Höhle wäre groß? Groß riesig, Alter. Wollen wir dann nicht lieber machen, dass sie einen Knick macht und dann hier weiter... Schau mal da. Ich hätte vielleicht gedacht, dass wir da hinten noch eine zweite Losfahrstelle bauen. Stell dich mal davor. Stell dich mal davor. Weil ich weiß echt nicht, wie man... Alter, ich hab übelst Angst davor. Stell dich mal davor. Wo soll man die denn hier hinbauen, Tobi? Die zweite. Man kann ja hier noch in die Breite gehen. Ich bin hier so, zack, komm, zack. Okay, dann lass uns aber erstmal hier durchbauen. Eins statt dem anderen. Oh ja, Alex. Dann baue du mal hinter mir in die Höhe. Und ich baue in... Wie hoch müssen wir denn hier? Warte mal. Eins, zwei, drei. Mein Bogenschützen. Komm. Ich hab... Warte, ich hab Weile. Wo bist du? Wo sind die? Ich seh die nicht. Da hinten auf dem... Da hinten. Wo sind die? Da hinten. Wo sind die? Da hinten sind die... Da hinten sind die... Ich baue hier mal so eine kleine Brücke. Hast du Pfeile? Warte mal, ich muss noch kurz die Erde in die Kiste packen gehen. Ich hab keinen Platz mehr. Gibt mir die mal. Wie sind das? Wie breit muss ich denn bauen? Perfekt. Drei wär am besten, dann können wir die Mitte machen. Zwei geht aber auch. Ist ja nur so eine kleine Abzweigung. Ja, drei ist okay. Gehen wir hin. Hast du Angst, dass ich runterfalle, ey? Haha, wie er Schiss hat. Die Frösse. Aber da kriegen wir echt gut Cobblestones durch. Das stimmt. Eine Hand wäscht die andere. Ich wasch meine Hände gar nicht. Drei hast du gesagt, ne? Es ist Creeper. Warte. Oh, oh. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich werde dir nicht die Hand geben auf der Gamescom. Oder ich hab dir nicht die Hand gegeben auf der Gamescom. Hä? Also die Gamescom ist jetzt schon nicht vorbei. Ist was ganz anderes in die Hand. So, warte mal. Drei. Drei. Mein Fuß. Ja, ja, klar. Fußroda. Schwuchtel. Du kriegst ja relativ schnell einen Stempel, ne? Das weißt du. Und was? Einen Stempel kriegst du ja relativ schnell. Du bist relativ schnell in die Clubs. Der Schwule. Alter. Das ist zu krass hier. Steine! Juhu! Kann ich Steinnmännchen bauen! Wo gehen wir jetzt eigentlich lang, die? So wie du machst die Höhe. Wir müssen uns hier durchkämpfen, Alter. Ich hab mal ein paar Mobs getötet. Nein! Boah. Geh weg. Da ist noch einer. Ach sie? Gut. So, wir haben jetzt drei. Alter, es geht hier... Hast du drei Uhr schon? Ne, warte. Ne, drei Uhr noch nicht. Oh, es geht gerade. Drei breite Balken. Klötzchen. Ah, ne. Ah, hier geht's was über Dauergott. Das ging ja einfach der U-Bahn-Bau. Den hätte ich mir ziemlich komplex vorgestellt. Ne, ne, ne. Das ist alles schon vorausgeplant. Wir haben ja die ganze Welt bis Folge 300 schon vorgebaut, ne? Ne, das stimmt. Wir sind bei... Original sind wir bei Folge 7833. Ja. Wir haben schon einen Urgen gebaut und... Tobi, mach du... Mach du... Ja, ich mach den hier. Jeder hat seine eigene kleine Familie gegründet. Genau. Im Tikka-Tukka-Tukka-Land. 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 Tikka-Tukka-Land. Alter... Stöger? Ah, hier ist nichts, das war's. Pop? Popmusik. Pep-Musik, was? Pep-Gaudiola-Musik. Alter, wie viel Kohle gibt's denn hier? Ach, ich hab... 4 Stacks. Und ähm... 38. Also wir haben genug Kohle und Eisen, wenn wir zurückkommen. Wir haben mehr Kohle, als wir jeweils essen können. Essen? Entschuldigung, bitte? Bitte what? Warte, bitte zurückgegangen, Sascha. Bitte? Moment, ja. Ah, mein Gott! Oh, knapp. Alter. Uniglich alles Erfahrung. Da hat er sich nen Steinmännchen gebaut. Ein Steinmännchen bauen. Hm, bist du so geil, das hab ich letztens richtig gesehen. Der Olle, ne? Ja. Lachst du an Menschen, die schielen? Nee. Sascha, wo bist du? Da bin ich ja beruhigt. Wo bist du, Tori? Bauer Treppen für die U-Bahn. Lass mal gucken. Ah, fuck it. Nee, dann reicht niemals, was mach ich denn da? Nee, ich find doch nichts. So. Dann geh ich schon mal weiter mit den Cobblestones oben machen. Joby, wie kommt man da mal? Man kann doch irgendwie die IDs machen, dass man die IDs von den Monstern sieht, oder? Mhm. Hier das nochmal. Mit F3 vielleicht? Ich hab keine Ahnung. Na genau, F3 war das. Ich seh gar nicht. Müsste eigentlich. Na jo, wenn der F3 durch ist, kommen sehr viele Sachen auf einmal. Sehr faszinierend. Nee, ich seh nichts. Ich seh keine IDs. Dann mach die Augen auf. Öffn dir Hör, Bitch! Die fuck, du willst ja, little twat! Nee! Deine Mom twarkt at me. Pfff! Uff! Swat! Die Stökel-Hotline hier? Was kann ich für sie tun? Oh, ich hab äh, 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 beim FC ne Kabel bestellt, aber mir wurde der Sieg versprochen. Auf Schleichsbord haben die aber gewonnen. Oh Sascha, ich habe es gefunden. Wo denn? Voll gescheu, der kann ich die wie kaufen, damit deine Mannschaft gewinnt. Ja. Kommt bestimmt irgendwann. Und dann verliert sie. Oh verdammt. Verklage ich die mit Johannes. Wer ist Johannes? Du, er ist tief. Alter, das ist tief. Good God, what the hell? Was haben wir hier eigentlich nochmal gemacht? Cobblestone, jetzt kann ich das alles noch weiter rausreißen hier. Lassst du mal eine Brücke bauen? Nee. Ich habe Angst. Schaff mal, Sascha, keine Sorge. Ich habe aber Angst. Wir sind Zombies. Und ein Creeper. Ach, hier unten ist unsere andere Brücke. Aufpass, hier ist ein Loch, hier ist ein Loch. Oh, hinter dir. Löcher. Nein. Ist er untergefallen. Nicht ganz. Der lebt aber noch, ne? Echt? Und du hast ziemlich chakrot drauf. Wo? Miausi McDonald. Wo ist er? Was? Da unten. Nee. Schießt hoch. Was? Schießt hoch. Perversling. Es tut mir leid. Tobi, der muss immer an solche bösen Sachen denken. Ja, natürlich, der Tobi, genau. Tobias. Du bist heute der gewesen, der das erste versaute Wort gesagt hat. War er denn nach unten, Sascha? Oh, shut the hell up. Was habe ich denn gesagt? Kannst dir die Augen gucken in der Aufnahme. Ich kann mich da noch dran erinnern. Hier geht's rein. Tobias, ein Cobblestone ist. Ja, mehr als genug. Ich muss ja nicht die anderen 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 Worten noch rausweisen. Ui, wie ist es, ne Mine? Endlich. Perfekt. Endlich. Oh no. Kannst du mir mal rüberkloppeln, wenn du willst. Ja. Oh, endlich ne Mine. Ähm. Nee, Slime ist ein Slime. Oh, oh. Da war ein Slime. Oh, Slime-Bowl will ich auch. Naja, es gibt wieder keinen Platz mehr. Das ist noch Vorwart-Inventar. Ich mach jetzt noch eins der Kohle voll, Sascha, und dann... Was ist das? Da kommt er wieder nach Hause. Nee, nee, dann baue ich keine Kohle mehr ab. Weil wir haben zu viel Kohle, also. Ist ja mein nicht vorbei. Ähm, wir finden ja immer alles neu. Eigentlich ist so eine Hüllentur hier langweilig, aber die macht echt Spaß gerade, ne? Ah, ich finde Hüllentur am besten in Minecraft. Das macht mir fast schon mehr Spaß wie Bauen. Alter, hier ist ein Slime. Ich meine für die Zuschauer. Ja, gut. Das Ganze meint, aber... Eigentlich, wenn Sascha dabei ist, geht immer viel schief. Die Fresse. Scheußlich ist das immer, wie das da abkackt. Warte, das ist aber kurz leise. Okay. Sascha, bau mir hier gleich direkt Holz ab. Ja, ich bin dabei. Wut! Hast du eine... Wut, Wut. Wut, Wut. Ganz viele Fackeln mach ich jetzt. Ja, geil, Fackeln. Junge, ich kenne das so ein Pass. Nein, warte, wenn du Fackeln machst, dann baue ich nicht ab. Dann muss ich das Ganze noch aufheben. Ich hell, ey. Aus welcher Serie ist das, Tobi? A-Team. Genau. Ich hätte jetzt Indiana Jones gesagt. Ja. Indiana Jones. Indiana Jones. Äh, Sascha, kommst mal her. Ich bin schon sehr weit, Tobi, hier draußen. Achso, okay. Hast du gehört? Was? Ich bin hier schon sehr weit draußen. Du bist am Anfang, der Mine? Freue mich. Ja. Ah, da bist du. Mensch, geht immer ein paar Fackeln. Jetzt haben wir schön cobblestones, ne, Tobi? Danke. Ja, ja. Ja, heißt, leck mich am Arsch, okay? Vielleicht erst mal der Mine folgen. Meine ich auch. Ja, hatte ich vor. Ne, okay. Ne, so, kann ich auch nix für so. Ist so, alter Jasmin. Ich bin runtergegangen, Sascha. So. Oh. Code, äh, Gold. Code? Code hab ich auch bestanden. Ist neu in Minecraft seit dem neuesten Update. Man kann ja, man kann auch Code abbauen jetzt. Code craften. Es gibt ja so ne Mod, wo man Code tatsächlich nutzen kann. Aha. Da kann man, ja, da kannst du Kuh-Dünger quasi dann benutzen, um deine Felder zu wachsen zu lassen. Da fucke es wohl an, Sascha. Den Mod kenn ich. So in der Art, ja. Fahrmod, ne? Ja, genau. Tobi, hast du noch Cobblestones? Nein, ich bin ne. Warte, ich muss dir gerade noch das fertig bauen, dann kann ich dir alles geben, was ich noch habe. Warte, ich bin auf dem Weg. Wo bist du, Sascha? Bist du weitergelaufen? Ja. Also, wenn das fertig ist, dann bin ich hier. Ich bin auch nach unten und dann hat das abzweig. Ich bin durch die Mine jetzt gelaufen. Kannst du mir gerne folgen. Denkst du an das hinterm Haus auch noch? Alter, ich weiß, hier bin ich. Ja, jetzt ist mein Cobblestone leer. Komm mal her, bitte. Ja, ich musste ja hier die Wände noch austauschen. Okay. Achso. Es ist scheiße, dass der Tunnel direkt jetzt hier so anschließt, weil ich habe eigentlich gedacht, dass wir da jetzt voll viele Cobblestones rauskriegen. Ja. Ich dachte auch, da käme voll jetzt, voll hier mega, äh. Das ist ein bisschen ärgerlich. Erstmal mal vonerst mal den Manni reinkloppen. So. Alter. So. Ziemlich erschrocken, Mann. Ja, Tobi, wie machen wir das denn jetzt? Ich guck mal gerade, hier hatten wir nicht irgendwo hier eine Höhe? Ja. Achtsam, Zombie. Warte, ich komme mit. Sorry. So, hier geht's weiter. Links geht's auch weiter, aber lass erstmal hier weitergehen. Oh. Au. Komm, dann sammeln wir mal hier. Hier waren noch irgendwo Ressourcen. Ne, warte, ich muss was essen. Hast du noch was zum Essen dabei? Ja, ja, ich hab noch. Ich hab noch was zum Essen dabei. Kohle haben wir noch gar nicht, ne? Ne, überhaupt nicht. Ne, ich hab auch noch drei. Ja, wir haben genug Kohle. Ich brauch noch fünf Kohle, hab ich noch ein Stack. Ihr könnt das alles dann ohne im Keller tun, im Haus, ne? Ja, da ist ja so eine Kiste, da könnt ihr alles reinpacken. Ich behalte mal ein, zwei Stacks für mich. War's Kohle? Ja. Ist okay. Kohle haben wir, glaub ich, eh mittlerweile sauviel. Aber wir haben richtig viel Eisen. Ich hab jetzt bald drei Stacks von Eisen. Welches Level bist du? 15. Ich war mal Level 42. Ja. 31. Bis der Creeper kam. Da hat Sascha mich noch getötet. Was ist denn? 13 fast. Nein, Tobi, nein. Alter, meine Erfahrung ziemlich hoch, Level 13. Tobi, sammelst du grad Cobblestones? Ja. Okay, das war genug. Oh, ja, warte mal. Guck mal nach oben. Oh. Löcher sind da, umgestopft zu werden. Upsi. Da war bestimmt ein Creeper mal zu Gange. Ne, das ist die Schlucht, die eine. Ach so. Stehst du verschwunden? Lass mal so viel Cobblestone jetzt sammeln, wie wir können, weil sonst müssen wir 700 Mal gehen jetzt hier noch und irgendwann ist es auch nur gut. Was brauchst du denn gleich für die Schienen eisen, ne? Miteinander? Ich hab alles für die Schienen, naja. Ich hab noch ein ganzes Stack Cobblestone. Noldin. Ja. Guck mal hier. Ich glaub, bis ihr wieder da seid, haben wir genug Cobblestone. Ich glaub, da dauert der bei euch noch, ne? Oh, Alter, ja. Oh, Alter. Warte. Wie das aussah. Wir finden hier eine ganze Zeit neue Hüllen und alles mögliche. Ja, mach das ruhig alles alleine, ist schon okay. Ja, du wolltest ja nicht mitkommen. Ja, wenn ich Dennis alleine bauen sollen, dann wär ich jetzt wahrscheinlich übermorgen dran. Du kannst Dennis nicht bauen. Was? Doch, ein Steinmännchen kann der bauen. Du hast gesagt, ob du Dennis alleine bauen sollst. Du weißt, was ich meine? Ja. Na, hier ist ein Spinnenspawner. Aua. Oh, ich komm vorbei. Räum die Truhe noch nicht aus, ich will sehen, was drin ist. Ja, ich aber auch. Ja, ich werd's nicht nehmen, ich will nur gucken, was drin ist. Der Diener Gauner wieder. Abgebaut? Sascha geht das eigene vor aus. Nee. Sie spinnen noch ein bisschen. Klasse, Tobi. Sascha hat bestimmt schon einen ganzen Stack voller Diamant. Hier Stacks, glaube ich. Wie viel hast du, Tobi? Warte, Sascha, ich verbrenne das. Ich verbrenne das, äh, die Spinne-Seite. Vier Stacks? Ja. Geh weg, Sascha. Ich geh jetzt schon mal, dann kannst du mal weitermachen. Ich hab ja eine Diamant-Spitzhackle. Oh, ich... Oh, da ist noch einer, da ist noch ein... Nee, ist fast kaputt. Hier sind zwei, ne? Ich geh schon mal nach oben wieder, ne? Dann kannst du's ja gleich bringen. Ja klar, ich bin dann Muli, natürlich. Genau! Ich lass den Spawn nochmal hier... Nee, ich bau den Spawn ab. Lass dich ganzen Steine hier liegen, was geht mit ihm? Inventar-Fool. Alter, Sascha, oh mein Gott. Mein Inventar ist jetzt auch voll. Was denn? Der ganze Minentakt ist auf voller Spinne-Seite. Hier auch. Komm, Tobi, hol dir schon mal einen hoch. Was? Aber... Vergalien. Hier ist gar keine Truhe, Alter. Laatm-Seite.